Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rack hier auf Piedsmeet TV. Heute wieder Zeit für realer Irrsinn mit allen aus dem Team Piedsmeet. Das ist immer mega. Aufregendes angesagt. Nein. Wir starten mit Stühle auf Schienen im Landtag Niedersachsen. Niedersachsen. Im niedersächsischen Landtag ist man innenarchitektonisch ganz weit vorne. Stühle auf Beinen waren gestern. In Hannover sitzen die Abgeordneten auf Schienen. Das ist ja mega praktisch. Zurück und vor. Das ist ja cool. Ich will eigentlich keinen Freund dieser Schienen, weil irgendwann neigt man so zum Hospitalismus. Man ist also, wenn man dann die ganze Zeit einfach nur herfahren. Das sieht auch komisch aus, wahrscheinlich von oben zu den Zuschauern auch. Moment, aber wenn er selber auch dazu neigt zum Hospitalismus, dann scheint er doch gar nicht so schlimm zu sein. Ja, er mag das halt selber nicht. Das ist wie in der Nase popeln. Ich möchte aber mal sagen, die erste Reihe hat das nicht. Doch, vorne hat gerade einer gewippelt in der ersten Reihe. Du siehst doch, dass die da Rollstuhl haben. Die haben immer Drehdinger, oder? Ja, ja. Oder der Zweiertischstadt zum Beispiel. Stimmt. Aber das kostet wahrscheinlich 5 Millionen Euro oder so. Ja. Aber ich glaube, das ist teuer. Ja, das ist wahrscheinlich richtig teuer. Den Wesenskern von Politik. Viel besser, dieses ewige Hin und Her. Politik geht mal vor und mal zurück wie im wirklichen Leben, aber nicht mehr als da auch. Denn auch im Landtag stößt man an seine Grenzen. Mit den Stühlen sogar ziemlich schnell. Die Stühle sind super, aber der Architekt scheint sich keine Gedanken über die Praxis von Stuhl und Tisch gemacht zu haben. Wenn man steht, hat man das Problem, beispielsweise in der Trauer, in der Gedenkminute, dass er einem in den Knie in den Stuhl drückt. Wenn ich zur Abstimmung aufstehen soll, dann habe ich ein bisschen Probleme, weil er nicht weit genug zurückfährt. Das soll ich Ihnen das zeigen und mich zum Affen machen, aber meinetwegen auch das. Ganz klare Fehlplanung und deswegen muss er ein bisschen weiter zurück. Ein bisschen schwierig, dann gerade zu stehen und das mag ein merkwürdiges Bild bei den Zuschauern erzeugen. Das ist zu eng. Dass die Abgeordneten beim Aufstehen schlecht aussehen, hat das Zustand im Finanzministerium einen Grund, damit der leere Saal gut aussieht. Maßgebliches Argument zugunsten eines Schienensystems war und ist, dass sich die Stühle bei Nichtbenutzung stets in einer einheitlichen Ausgangsposition befinden. Aber das ist ja auch häufiger der Fall, als dass das da voll ist. Ja, okay, vielleicht. Also deswegen ist das ja auch okay. Ja, Hauptsache es sieht gut aus, wenn jemand da ist. Und auch wenn jemand da ist, hat das Schienensystem möglicherweise Vorteile. Von daher ist es vielleicht bei der AfD ganz gut, dass sie nicht weiter nach rechts rutschen kann. Guter Witz! Und er hat Probleme. Ich bin nicht betroffen bei meiner Länge. Das hat ja auch Vorteile manchmal, wenn man klein ist. Deshalb bin ich extra schlank. Ich halte mich immer zurück beim Essen, damit das am Ende passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Um künftig einen uneingeschränkten Bewegungsspielraum herzustellen, werden die vorhandenen Stuhlführungsschienen um ca. 20 cm nach hinten versetzt. So in etwa. Für 68.000 Euro Umbaukosten geht es in Niedersachsen weiter zurück. Läuft doch mal wie auch Schuhe. Das klingt, nochmal einen Rollstuhl zu nehmen. Oh, ne Witz, ey. Das ist schon geil. Das ist halt echt schon so richtig awesome. Ey, das sieht aber cool aus. Ich wollte gerade sagen, cool aus den Tode, das stimmt. Die sind zumindest mal fortschrittlich, was sowas angeht. Ja. Das kostet aber wieder einfach nur unnötiges Steuergeld. Das ist auch sehr praktisch veranlagt. Ja, total. Ja, absolut praktisch veranlagt. Und ja, gut. Als nächstes haben wir in Tra... Guck mal, heute ist Thema sitzen. Oh, Travermünde, Kämmer mal irgendwoher. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon häufiger gehört. In Travermünde sitzt es nicht besonders teuer. Meinst du, die haben da so eine Goldbank? Das wäre neid. Die Trave, der Seglerpassat und neue Bänke, von denen man das maritime Treiben beobachten kann. Aber diese Bänke sind nicht einfach nur Bänke, sondern viel mehr. Die zuständige Stadt Lübeck ist mächtig stolz auf die Neue. Wir haben mal eine Folge gesehen, wo quasi die Bänke nicht ins Hafenbecken zeigt, sondern eigentlich diese Wand. Ja, genau. Da kann ich mich noch erinnern. Damit du den Leuten nicht ins Boden kuckern kannst. Ja, genau. Das war ja damals auch schon so dumm. Errungenschaft. Die Bänke sind hinsichtlich ihrer Gestaltung eben keine Standardlösung, die man ansonsten aus dem Katalog bestellt, sondern eine gesonderte Anfertigung für diesen Standort. Die gibt es auch nur so in Travermünde. Die Form der Bänke erinnert an Schiffe. Das Holz ist besonders edel. Diese Exklusivität hat natürlich ihren Preis. Das Einzelstück kostet 20.000 Euro. Also bestimmt kosten Bänke Tausende, aber vielleicht nicht 20.000. Doch. Wenn man bedenkt, wie viele Bänke hier stehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber da kommt ja schon ein schönes Sümmchen zusammen. Ja, es sind 29 Bänke und die kosten zusammen 580.000 Euro. Man muss ja halt auch irgendwie in den Hafen investieren, dass die Leute da gerne sitzen. Man muss ja auch schick aussehen. Also zumindest hat jetzt jeder von den Bänken gehört. Und dass die halt wie Schiffe aussehen, finde ich, ist halt auch eine gute Idee. Das sieht schon cool aus. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch die ganze Promenade, die noch kostet. Jetzt stellt sich raus, dass der Sohn vom Bürgermeister von Travermünde Schreiner ist. Ja, genau. Diese Frage muss man eindeutig mit Ja beantworten. Es geht günstiger. Die Frage ist, ob an dieser Stelle günstig wirklich das Bessere ist oder ob wir hier nicht eine andere Zielsetzung verfolgen. Das ist in meinen Augen hier Steuerverschwendung hoch drei. Ich weiß, dass Sie es in Lübeck nicht gerne hören wollen, aber ich bleibe dabei. Aber finden Sie erst mal eine optisch ansprechende Bank, die deutlich günstiger ist. Das ist gar nicht so leicht. Gut im Internet. Da gibt es auf einen Klick gleich mehrere Modelle. Wunderbare Bänke, die wesentlich billiger sind, aber die meines Erachtens bequemer aussehen, bequemer sind, aber nur für 1200 Euro. Doch billigere Bänke wären für die Stadt Lübeck teurer geworden. Denn für solch normale Sitzgelegenheiten hätte es kein Geld vom Land dazugegeben. Bei Standardlösungen gäbe es zumindest aus diesem Fördertopf nicht die Förderung. Der Topf dient dazu, dieses Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben und eine besondere Standort an. Und es dient dazu, Geld aus dem Topf abschröpfen zu können. Ja, weil sonst kriegst du nichts mehr. Weil man nämlich am besten wieder weniger aus dem Töpfchen kriegt. Ja, aus Schlechtchen ist das schlar. Ja, ich finde auch, also realer ist und ist für mich normalerweise auch nicht so dieses, oh, das war jetzt irgendwie teurer. Weißt du so, da haben wir schon so viel Schlimmeres gesehen. Aber war halt teurer. Aber wofür ist, also der Topf ist dann ausschließlich für besondere Projekte. Um wahrscheinlich Park und Garten und Hafenanlagen, ja, außergewöhnlich auszustatten und gibt halt eben keine Kohle für Standardbänke, verstehe. Dieses Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben und eine besondere Standortangepasste auch Qualität zu schaffen. Merke, wer günstig kauft, kauft alleine. Nur bei den teuren Lösungen schießt das Land 70 Prozent zu. Kann der kleine Mann da auch ran, denn würde ich sofort sagen, die sollen mein Dach abreißen von dem Haus, neues Dach rein. Hab kein Problem damit, wenn sie es mit Blattgold machen, wird das denn, wenn die das bezahlen. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, wenn es teurer ist, dann gibt es Fördermittel, wenn es billiger ist, nicht. Doch, das ist der Sinn der deutschen Förderpolitik, wohingegen Sitzen nicht der alleinige Sinn dieser Bänke ist. Die sehen aber auch nicht geil aus, das Holz, ne? Das sieht halt schon so algig. Ein bisschen abgehandelt. Ein bisschen abgehandelt. Ein bisschen abgehandelt. Nicht so glatt, weißt du? Die beiden, die da drauf sitzt, die ist halt irgendwie behandelt. Trotzdem, also da hatten wir schon, ne? Die haben halt teurer, ja, dass die Bundesregierung wahrscheinlich hier Sachen zu teurer macht. Dass sie die Sprecherin einfach da auf eine billige Bank gesetzt hat fürs Interview. Dann kommen wir auch noch kurz weiter. Nur auf die Nutzung zu reduzieren, greift, finde ich, viel zu kurz. Die Bänke sind so viel mehr. So schick, so toll, so teuer. Sie allein aufs Draufsetzen zu reduzieren, das wäre viel zu billig. Guck mal, wenn ich immer mal wieder da in Lübeck da oben bin, dann denke ich an die Bänke. Ja, die fragen mich tatsächlich, ob dieser alte Typ da ein Schauspieler ist, den die von Extra 3 geholt haben. Oder ob die wirklich einfach einen dafür geholt haben, der da irgendwie zufälligweise gerade am Hafen war. Oder einfach jetzt sagt, da haben sie doch mal irgendwie zwei Stunden Zeit, um dieses Ding zusammenzudrehen. Damit wir halt die Leute verarschen können. Ich kann mir das vorstellen, der war bestimmt eh da oder hat den sogar vielleicht geschrieben deswegen, damit die auf die Idee kommt. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Der guckt sich halt nämlich immer an. Ja, finde ich aber auch tatsächlich. Der schlägt ja auch jeden Tag. Guck mal, wie der die schön putzt. Nicht das krasseste. 29 Bänke, mein innerer Monk meldet sich. Ja, warum sind es nicht 30? So, und dann haben wir noch eine Brücke. In nichts für nichts. Das hört sich wieder nach Real. Das hört sich gut an. Am Neckar bei Ladenburg steht eine fertige Brücke. Oh Gott, auf einem Acker. Ist ja schon geil. Noch führt keine Straße über diese Brücke. Die neue Landesstraße wird erst in drei Jahren gebaut. Doch Bauwerk 7 ist schon mal da. Gebaut vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Bauwerk 7 ist eine Brücke über ein Industriegleis und einen Wirtschaftsweg. Per Gesetz muss die Nutzung von Gleisanlagen stets gewährleistet sein. Dies gilt auch, wie hier, im Falle von zeitweise ungenutzten Gleisen. Ach so, die Brücke muss über diese Gleise führen. Schon etwas länger nicht mehr in Betrieb, was? Klar ist die Brücke hier nötig. Vielleicht fährt ja irgendwann doch mal wieder ein Zug durch die Brombeeren. Vielleicht hat er in der Entstehung. Aber jetzt mal ernsthaft. Das ist ja aber, glaube ich, vom Gedanken her, alle Gleise, die es gibt, dürfen nicht irgendwie so kaputt gemacht werden oder das kann man nicht einfach so abreißen. Weil im Falle eines Kriegsfalls oder so, müssen bestimmte Gleise wieder eingesetzt werden oder so eine Kacke. Ja, stimmt. Irgend so ein total kranker Fall, der wahrscheinlich nicht eintritt. Aber wenn er eintritt, wir froh sind, dass wir die Gleise haben. Da schon mal eine Brücke steht. Ja, das ist dann der Punkt, wo du sagst, vielleicht sollte man mal manche Gesetze überdenken. Ich frage es aber, ob die Gleise, die die da gesehen haben, wo die überhaupt hinführen. Ob die überhaupt noch angeschlossen sind. Ja, das kommt vielleicht gleich noch, sondern dann enden die einfach nach sechs Metern. Weil manchmal hast du nämlich so Gleise, die dann zu einer Firma führen, wo früher halt noch eine Firma war, die damit beliefert wurde und jetzt heutzutage gar nicht mehr mit Zügen beliefert wird und nicht mehr braucht. Ich habe schon den Zweifel, dass das sinnvoll ist, weil das Industriegleis ist ja, glaube ich, seit zehn Jahren, wird das nicht mehr benutzt. Und das ist ja eigentlich, die Brücke ist gebaut worden für das Gleis. 2019 wurde die Brücke fertiggestellt, über das damals schon lange nicht mehr genutzte Gleis. Das Regierungspräsidium Karlsruhe schreibt dazu, Von der Stadt Ladenburg wurde uns im Januar 2020 mitgeteilt, dass die jetzige Betreiberin des Gleises dieses nun zurückbauen möchte. Dies ist bereits geschehen. Es ist nicht selbe Art und Zug, wo die Brücke fertiggestellt worden ist, hat man die Gleise rausgerissen. Hat man festgestellt, man braucht das Gleis eigentlich nicht mehr. Und somit war das natürlich die Brücke in den Sand gesetzt, mehr oder weniger. Eher mehr als weniger. Denn nun gibt es nicht nur keine Straße, die über die Brücke führt, sondern auch kein Gleis mehr, das drunter durchgeht. Ein Wirtschaftsweg ist übrigens auch nirgends zu erkennen. Kann man sich nicht vorstellen, wie sowas überhaupt zustande kommt. Ich meine, das wird ja alles geprüft und gemacht und getan, dass dann sowas passiert. Eigentlich unvorstellbar. Da lachen die in Lübeck, da können die ja ein Verbrechen mit aufstellen. Da hätten sie lieber noch eine Scheißbank dazusetzen können. Schon zu Baubeginn der Brücke, als erst zwei Pfeiler standen, waren die Bahngleise ein paar hundert Meter weiter im Ort an der Benzstraße schon gekappt. Wie Satellitenbilder. Ah, das ist die Daimlerstraße. Im Bereich der erwähnten Benzstraße wurde bei Straßensanierungsarbeiten der damalige Bahnübergang in Abstimmung mit der Stadt Ladenburg rückgebaut. Eine neue Gleisverlegung stellt hier technisch kein Problem dar. Absolut nicht. Man scheint hier ja auch dringend eine Bahntrasse zu benötigen. Doch bis es soweit ist, bleibt es bei der So-Da-Brücke. Sie steht einfach so da. Für 1,4 Millionen Euro. Jeder Haushalt guckt, wofür er Geld ausgibt zu Hause. Und so wird es rausgeschmissen. Das ist natürlich mega scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Das kann man jetzt nicht senden, aber sowas regt mich total auf. Na, das kann man schon so senden. Also, warte mal kurz Pause. Ich muss ja sagen, wo ich das gerade sehe, du hast im hinteren rechten Bereich, da hast du ein bisschen Schmierereien. Ansonsten finde ich, ist die Brücke noch erstaunlich sauber. Ja, weil es ja mitten auf dem Feld, also da kannst du... Ja, das hält normalerweise keiner ab, dann alles voll zu schmieren. Ja. Das stimmt. Die Brücke steht ja einfach nur so da, wie die Brücke. Die wird monatlich überstrichen, Christian. Das soll mal gemacht werden. Aber in Kevela gibt es auch so eine ähnliche Brücke. Die haben doch in Kevela die Umgehung um Kevela rum schon angefangen. Und eigentlich wollten die da eine direkte Autobahnverbindung machen, so eine Umgehungsstraße. Ja, ja, ja. Und wegen Naturschutz und hier Antrag, da Antrag, ist jetzt, glaube ich, seit über zehn Jahren steht diese Brücke da. Und diese Abfahrt ist auch theoretisch da. Ja, aber es hat sich noch nichts bewegt. Also mal gucken, wann die da fertig werden und einen Anschluss kriegen. Ich weiß, welchen Objekte meinst. Ich glaube, das wird auch nie passieren. Glaube ich auch nicht. Also das ist auch so halb fertig. Ja. Das erinnert so ein bisschen da dran. Okay. Können die die einfach auf einer Seite dicht machen oder auf beiden Seiten dicht machen, da irgendwie einen Raum draus machen und irgendwie so ein, keine Ahnung, was man nutzen kann? Du stellst den zwei einen raus, die Brücke ist nicht breit genug. Und es ist instabil. Es gab Baufehler. Die reißen die Brücke wieder ab und dann wird das Gleis wieder gebaut und dann müssen sie die Brücke wieder bauen. Okay, das war realer Irrsinn. Eine Brücke eben nichts für nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschö. Tschö. Tschö.